Moin grüßt euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Verstellung. Diesmal geht es um die Rollendrescher und zwar den CH 7.70 und den CH 10.90. So, der hat 374 PS, da kann man auch nichts dran ändern. Wir haben die Trelleburg-Reifen mit Breitreifen, Michelin in Standard, Breitreifen, Standard, Conti, Standard, Breitreifen, Midas, Standard und Breitreifen, BKT, da kann man nichts ändern, Freisestein, Breitreifen und dann die Trelleburg wieder. Kennzeichen. Können wir natürlich auch ändern. So, 9.300 Liter Tankvolumen, bzw. Kornvolumen. 30 kmh schnell. So, dann kommen wir zu dem CR 10.90 mit 700 PS. Da haben wir einmal Design 1. Design 2. 14.500 Liter. Das ändert sich nicht. Design 3. Design 1. Hier haben wir die Trelleburg mit Bandlaufwerk, Zwillingsbereifung, Bandlaufwerk, Michelin, Zwillingsbereifung, da können wir nichts machen, Konti, Zwillingsbereifung, kann man auch nichts ändern, Midas, Zwillingsbereifung, BKT, kann man auch nichts machen, Zwillingsbereifung, Freisestein, das Gleiche, Trelleburg. Gut, auch hier wieder, Kennzeichen, wie gehabt, passt. Dann bieten wir den auch mal. Dazu, mal gucken, das sind die aus dem Standard, okay, da gibt es keine Schneiderwerke dazu. Dann kann man dann die aus dem Standard nehmen. So, da stehen die beiden. Fangen wir ein Stück vor. So, dann gibt es einmal Spiegelverstellung. Hier öffnen, Fahrweite. Rechts, 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 rechts. Hier auch noch mal Spiegel. So, jetzt muss ich das an die Tür aufgehen. Weiter geht es in die Tür auf. So, dann kommen wir zu den Großen. Dann hört sich auch gleich anders an. Hier war er. So, dann machen wir hier wieder. Linken Spiegel. Tür. Auch hier. Auch hier rechts. Hier muss ich die Maul wieder einstellen. Und dann die Tür. Achso, da sieht man das. Dann die Tür. So, da muss ich das noch mal machen. Hier der Spiegel. Ja, ich kann mal schön, so wie man es haben möchte, einstellen. Schöne Sache. Gibt es für alle Plattformen. Vielen lieben Dank für's Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Passt euch auf. Bleibt gesund. Und dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. S S S S S S S Untertitelung des ZDF, 2020